Herzlich willkommen zum letzten Kapitel in dieser Veranstaltung, Gestaltung von Nutzungsschnittstellen oder man kann auch sagen, so eine Art Nachwort, eine Zusammenfassung. Ich möchte euch einen Überblick darüber geben, was wir alles besprochen haben und das dient in erster Linie dazu, dass man sich vielleicht für eine Klausurvorbereitung oder so nochmal zu Gemüte führt oder in den Kopf bringt, welche Themen wir alle so hatten und welche Themen denn so alles, naja, in Klausuren abgefragt werden könnten. Man kann aber auch das Ganze hier benutzen, einfach um da nochmal zu rekapitulieren und vielleicht einen Gesamtzusammenhang nochmal zu sehen, der einem vielleicht ein bisschen verloren geht, wenn man sich über viele Wochen hinweg diese Videos angeschaut hat. Ich habe für dieses Video ein Problem und zwar ist es der Designkonflikt oder der Zielkonflikt, den wir mal besprochen haben, ganz am Anfang, zwischen Vollständigkeit und Schnelligkeit, den wir ja bei der Wahrnehmung haben. Kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ich kann nicht vollständig sein hier in diesem Video, denn ich habe bisher fast 35 Stunden Video, habe ich nachgeschaut, für diese Veranstaltung gemacht und ich möchte ungern jetzt dann nochmal fünf Stunden drauflegen für eine Zusammenfassung. Das heißt, es muss irgendwie schnell gehen und der Konflikt Vollständigkeit versus Schnelligkeit wird hier dahingehend aufgelöst, dass wir einen Überblick machen und der Überblick einen Hinweisreize darauf geben sollte, wo man nochmal nachgucken kann, um mal in unserem Sprech so zu bleiben. Also, man kann nicht nur diese Vorlesung schauen oder nur dieses Video schauen und dann daraus irgendwie die große Weisheit ableiten. Das wird nicht funktionieren. Und, was wichtig ist für die Klausur, man kann auch nicht sagen, weil etwas in dieser Veranstaltung, in dieser Zusammenfassung nicht vorgekommen ist, kommt es nicht in einer Klausur dran. Das wäre ein Trugschluss. So ist das nicht. Sondern alles, was in der Vorlesung drangekommen ist, kann auch Gegenstand der Klausur sein. Und ich habe ja an einigen Stellen schon mal darauf hingewiesen, dass bestimmte Dinge das auch nicht sein müssen. Also, dass man zum Beispiel nicht alle Gesetze auswendig lernen muss und so. Ich werde aber nochmal vielleicht an der einen oder anderen Stelle darauf hinweisen. Was hat es mit der Zusammenfassung auf sich oder was ist der, sagen wir mal, der Tenor dahinter? Was müsste man können für eine Prüfung und was sollte man vielleicht auch sowieso mitnehmen aus der Veranstaltung? Wichtig für mich ist an vielen Stellen nicht, dass man ganz extremes Auswendiglernen betrieben hat. Dass man also quasi wörtlich die Folien wiedergeben kann, was manche Studierende tatsächlich schaffen. Das ist mir rätselhaft, wie das geht. Also für mich wäre das überhaupt nie was gewesen. Sondern es geht mir darum, dass man kompetent ist in diesem Bereich. Dass man also darüber sprechen kann, über diese Dinge und zwar auch im Zusammenhang. Das heißt, es geht darum, dass man solche begrifflichen Differenzierungen drauf hat. Zum Beispiel, was Erkennen von Wiedererkennen unterscheidet. Dass mir keiner in der Klausur hinschreibt, dass man die Funktionen von Icons erkennen könne. Die anatomische Herleitung ist wichtig. Also die Begründung des Ganzen überhaupt in unseren Grundlagen, aber vor allen Dingen auch in den anatomischen Grundlagen, also in der Wahrnehmung. Da hing ja sehr viel dran. Also was hat Stapeln statt Umrahmen mit der Architektur der Wahrnehmung zu tun? Das sollte man wissen. Zusammenspiel von Konzepten finde ich wichtig. Also was hat die präattentive Wahrnehmung zu tun mit einem Designkonflikt wie Ablenkungsfreiheit versus Unterscheidbarkeit? Also dass eben diese Ablenkungsfreiheit gerade eine Reaktion ist, gestalterischer Art, auf die Eigenschaften der präattentiven Wahrnehmung, die für uns ja immer eine Vorsortierung machen und eine Aufmerksamkeitsleitung machen. Und Begründungen sollten gegeben werden können für die Kriterien. Das heißt, man sollte nicht nur diese Forderungen oder Kriterien, wie hier steht, aufsagen können, sondern auch immer sagen können, warum. Man kann sich da das relativ einfach machen beim Lernen, dass man einfach diese Kriterien alle mal hernimmt, Forderungen alle mal hernimmt und dann sagt, so und so reduziert erzwungene Sequenzialität, weil. Und manchmal ist es einfacher, es umgekehrt zu formulieren und zu sagen, wenn ich so und so nicht erfülle, habe ich erzwungene Sequenzialität, weil. Und wenn man das gut kann, dann hat man schon eine ganze Menge da drauf. Und es gibt ein paar rein faktische Sachen, die man natürlich auch wissen könnte oder müsste für die Klausur und sich auch merken sollte, wie zum Beispiel die Innovation durch die EU-Gesetzgebung und die Grundsätze der Dialoggestaltung nach DIN NISO 92-41, dem Teil 110, also diese sieben Grundsätze. Aber da kommen wir jetzt in der Zusammenfassung drauf. Aber es geht mir in erster Linie um dieses Obere, um diese Zusammenhänge und das Ganze. Das muss man parat haben. Denn unser Bereich hier, also ich bin jetzt in der Didaktik der Informatik und vorher im Bereich kontextuelle Informatik und Mensch-Maschine-Wechselwirkung, es geht immer um Zusammenhänge, es geht um die Wechselwirkungen. Und rein faktisches Wissen, wie ich muss hier eine geschweifte Klammer aufmachen und eine geschweifte Klammer zumachen, ist hier an dieser Stelle nicht wahnsinnig interessant. Fangen wir inhaltlich an, endlich. Und langt der Vorrede schon, ich will ja nicht ewig lang werden. Wie sieht das aus mit Gesetze und Normen? Was muss man wissen? Man muss wissen, den Unterschied zwischen vorlaufendem und vorbeugendem Gesundheitsschutz und auch, dass in der EU-Gesetzgebung jetzt in den EU-Richtlinien psychische Belastungen eine Rolle spielen. Also die zwei neuen Eigenschaften dieser EU-Gesetzgebung im Vergleich zu vorherigen nationalen Gesetzgebungen, vor allen Dingen der deutschen, die wir uns natürlich angeguckt haben. Man braucht nicht diese ganzen Säulen zu wissen, die unten hingeführt haben zu dem Ganzen, sondern man sollte wissen, dass es eine EU-Gesetzgebung gibt und die diese Eigenschaft hat. Und die ISO 9241 ist wichtig, dass man die parat hat. Man sollte ruhig die Nummer kennen, obwohl wir die Nummer bestimmt nicht abfragen werden, aber man sollte 9241 110, das sollte einem eigentlich geläufig sein, dass man das so aufsagen kann. Ja, dann gibt es da diese sieben Grundsätze und diese sieben Grundsätze sollte man kennen. Wir werden nicht die Grundsätze abfragen, von wegen, sag sie mal alle auf. Das fällt mir immer selber schwer und solche Aufgaben fand ich immer blöd, weil das so reine auswendig Lernaufgaben sind. Aber was wir machen werden, mit Sicherheit und was auch durchaus plausibel ist, finde ich, ist zu sagen, hier, Sie haben hier das Kriterium der Steuerbarkeit, geben Sie doch mal ein Beispiel und erläutern Sie es kurz. Und erläutern heißt immer in eigenen Worten erläutern und ein Beispiel geben sollte man dann können. Da kann man sich als Tipp mal merken, weil ihr wisst ja, wer das Zusatzvideo dazu gesehen hat, die sind ja, die überlappen sich ja und sind halt schwammig. Das heißt, es kommt immer auf die Begründungen an bei so einem Beispiel. Weil so ein Beispiel einfach nur so zu geben, ist dann ein bisschen blöd. Also man muss dann sagen, warum sich das auf das da bezieht, was da ausgesagt wird. Und dann kriegt man viele Beispiele in ziemlich viele dieser Grundsätze hinein, weil sie eben nicht trennscharf sind. Dann haben wir dieses Ganze hier aufgebaut im Laufe der Veranstaltung. Und wir sehen oben erst mal drei Grundlagenbereiche. Und um die wollen wir uns jetzt mal als allererstes kümmern. Da gehe ich jetzt einigermaßen zügig drüber, denn ich habe schon mal ein Video gemacht darüber, was man sich von den Grundlagen merken sollte. Das ist also am Ende des Kapitels G3, könnt ihr euch das mal anschauen. Da findet ihr ein entsprechendes Video dazu. Und deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal in der ganzen Breite erklären. Man sollte parat haben, das Konzept der Differenzerfahrung, was das eigentlich ist, Differenzerfahrung. Also Denken findet nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf statt. Wir brauchen sinnliche Wahrnehmung. Dann haben wir über Formen der Differenzerfahrung gesprochen. Und von einfachen Formen, wie Perspektivenwechsel und Arrangieren, bis hin zu höheren Formen mit Instrumentennutzung, Experimentelles konstruieren und formalisieren, wo jeweils immer schon Artefakte eine Rolle spielen. Die Rolle von Artefakten in der Wissensarbeit sollte man parat haben. Also, dass man eben Instrumente und sowas bauen kann. Aber vor allen Dingen auch, was ganz unten jetzt steht, Artefakte als externes Gedächtnis, dass man diesen Mediencharakter hat, dieses Unabhängigmachen von Ort, Zeit und Person. Und schriftliches Rechnen, das ist immer ein schönes Beispiel, an dem man das gut darstellen kann, was es bringt, dass man Dinge aufschreibt. Also, dass man eine Aufzeichnungstechnik hat. Das ist aber nicht die einzige Möglichkeit. Aber schriftliches Rechnen ist immer ein sehr angenehmes Beispiel. Ja, ich habe gesagt, dieses Denken nicht im Kopf, sondern mit dem Kopf sollte man parat haben. Auch sich vielleicht nochmal klar machen, dass zumindest dieser Ansicht nach die Entwicklung von Intelligenz eine Entwicklung von Artefakten ist. Den Begriff Artefakt sollte man natürlich sowieso drauf haben. Also nochmal an die Kastanie denken. Erstmal ist es kein Artefakt, sondern nur ein Gegenstand, der Gegenstand der Differenzerfahrung sein kann. Wenn ich den für irgendetwas benutze, zum Beispiel als Schmuckstück, dann ist es ein Artefakt. Und wenn ich den quasi als Medium benutze, um mich an etwas zu erinnern und etwas quasi über die Zeit zu tragen, dann haben wir hier ein Artefakt, und zwar ein Artefakt als externes Gedächtnis an dieser Stelle. Und das kann auch eine Kastanie sein. Artefakte können Mittel zur Differenzerfahrung sein, auf einer ganzen Reihe von Wegen. Einmal dieser mediale Weg als externes Gedächtnis, können wir Spuren erzeugen, etwas hineinschreiben. Wir können Ort, Zeit und Person überwinden. Aber wir können natürlich Artefakte auch benutzen, um etwas zu konstruieren, etwas zu bauen, was etwas sonst nicht Wahrnehmbares wahrnehmbar macht. Und dann sind wir im Bereich der Instrumente und Experimente unterwegs. Soviel dazu. Interaktive Nutzungsschnittstellen haben wir uns danach angeguckt. Wie verhält es sich also mit den Eigenschaften dieser interaktiven Nutzungsschnittstellen? Und das Ganze habe ich ja recht umfangreich gemacht, indem ich euch was über die Computergeschichte erzählt habe, mit diesem Blickwinkel. Und ihr braucht nicht die ganze Computergeschichte aufsagen zu können. Schon gar nicht müsst ihr die Geräte aufsagen können. Aber ich würde es begrüßen, wenn ihr parat hättet, was der Nachteil von Stapelverarbeitung war und warum es eine Entwicklung von interaktiven Nutzungsschnittstellen gegeben hat. Das führt vor allen Dingen auf diese Eigenschaft der Responsivität an dieser Stelle. Also Responsivität ist nötig oder gewollt. Nicht nötig, sondern gewollt. Responsivität ist das, was man erreichen wollte, dass es endlich mal zügig vorangeht mit dem ganzen, mit dem Programmieren, aber auch mit dem Nutzen des Computers überhaupt. Wenn ich Responsivität habe, brauche ich automatisch virtuelle Objekte. Also Objekte, die im Computer für uns erzeugt werden. Das sollte man auch parat haben. Räumliche Objekte folgen dann darauf, dass ich die Objekte auch sehen kann, die ich bearbeite und die nicht irgendwo im Computer versteckt wurden. Und wenn ich die dann an Ort und Stelle auch noch bearbeiten kann, dann sind wir bei der direkten Manipulation. Und wenn wir das Ganze wieder zusammenbinden und sagen, die direkte Manipulation sorgt wieder responsiv für eine Auswertung, und zwar auch für eine, die über die direkte Manipulation hinausgeht, also nicht, wenn ich den Kreis größer gemacht habe, ist er größer, sondern wenn ich den Kreis größer gemacht habe, wird interpretiert, dass mehr Geld in diesem Budget ist, sowas zum Beispiel, dann reden wir über responsive Manipulation. Also direkte Manipulation mit diesen Eigenschaften sollte man auf jeden Fall parat haben und dann die Responsivität und die virtuellen Objekte, die ergeben sich dann ja fast automatisch, wenn man dann darüber nachdenkt, was da alles dazu gehört. Sollte man aber auf jeden Fall kennen diese fünf Punkte. Es würde auch nicht schaden zu wissen, dass es eine starke Desktop-Metapher mal gegeben hat, also eine Organisation der Arbeitsobjekte auf eine ganz gewisse Art und Weise, man könnte von einer gewissen Metaphorik sprechen hier, bei der ELISA und beim Xerox Star, und dass es die nicht mehr gibt und dass das damit zusammenhängt, wie die Technik sich entwickelt hat, dass man abgespeckt hat, dass man viel einfachere Systeme gebaut hat. Da kann man nämlich schön diese Wechselwirkung dran zeigen, dass Anforderungen und Möglichkeiten zusammenhängen mit der technischen Entwicklung und das, was sie dann auch möglich machen. Das ist genau dieser Punkt der Wechselwirkung, über den ich am Anfang gesprochen habe. Gut, dann kommen wir als letztes zum sehr, sehr wichtigen und sehr, sehr umfangreichen Punkt der Architektur der menschlichen Wahrnehmung. Also, wie funktioniert es mit dem Sehsinn in erster Linie? Und ihr seht, eine ganze Menge Sachen, die man da parat haben sollte. Das erste ist der Designkonflikt, den ich am Anfang etwas scherzhaft schon verwendet habe, also Vollständigkeit versus Schnelligkeit, und dass daraus eben die Architektur unserer Wahrnehmung resultiert, dass das beides in einen Klang gebracht werden muss. Dann der Aufbau des Auges, dass man im Auge nicht überall gleichermaßen scharf sieht und nur einen kleinen Bereich scharf sieht und außen herum weniger, dafür aber bewegungsempfindlicher ist. Das ist genau das, was man davon mitnehmen sollte, was man sich merken sollte, und dass es so Vorverschaltungen schon im Auge gibt, dass also diese Optimierung schon im Auge passiert. Und damit hängt jetzt eine ganze Menge zusammen von dem, was hier dahinter folgt, also der Unterschied zwischen peripheren und zentralem Sehen, was laterale Hemmung ist, also diese Kantenverstärkung, wenn ihr die nochmal euch ins Gedächtnis ruft, das sollte man wissen, was laterale Hemmung ist, präattentive Wahrnehmung, also dass man eine Vorselektion hat, dass es eine Vorselektion von dem gibt, was man sieht, und dann die Aufmerksamkeit entsprechend gelenkt wird. Das Ganze mündet im Hypothesengenerator, dass wir also sagen, eine Wahrnehmung ist immer eine Hypothese, und diese Hypothese wird von mehreren Seiten gespeist, einmal von der Realität, von Bottom-up, was man also sensorisch wahrnimmt, dann kommt immer Wissen dazu, und dann gibt es noch einige fest eingebaute Sachen, das haben wir Seitenwege genannt, und daraus wird eine Hypothese gebaut, und die kann immer gegen die Realität überprüft werden, und diese Überprüfung wird dann dem Wissen zugefügt. Das Bild sehen wir gleich, und das Bild ist nicht schlecht zu wissen. Es ist nicht schlimm, wenn man Bottom-up und Top-down vertauscht, denn das ist sowieso immer etwas willkürlich, aber man sollte wissen, dass da diese drei Dinge zusammenkommen, und dass es dann diese Rückkopplungen gibt, denn das ist ja genau der Inhalt dieser Architektur der Wahrnehmung, zumindest in unserer Blickweise. Und damit hängen zusammen die Konstanzphänomene, also dass wir Helligkeitskonstanz haben, Farbkonstanz, Formkonstanz und Größenkonstanz, das sind ja Hypothesen, die unser Wahrnehmungssystem für uns hat, und deswegen wirken die so. Es gibt die Hypothese, die ich mal allgemein formuliert habe, von dreidimensionalen, im Raum befindlichen Objekten, die einander verdecken und beleuchtet werden, und die Beleuchtung ist vor allen Dingen das für uns Interessante, deswegen die Beleuchtungshypothesen sehr, sehr wichtig. Das führt zur Vordergrund-Hintergrund-Unterscheidung, dass man diese Sachen da parat hat. Und dann haben wir auch noch die Farbwahrnehmung gehabt, das ist ja nochmal etwas Besonderes da, dass wir also auch Farbe wahrnehmen, dass wir Licht nicht gleich nur in hell und dunkel wahrnehmen, sondern auch eine Farbwahrnehmung haben. Und in dem Zusammenhang schon sehr praktisch, die Farbmodelle, man sollte wissen, was es mit dem RGB-Modell auf sich hat und warum HSL und HSV bessere Modelle sind, für welche Zwecke. Man sollte wissen, was chromatische Apperation ist und warum das schlecht ist, beziehungsweise da ist es ja immer, aber warum man darauf achten muss bei der Gestaltung, dass sie einem nicht negativ wird. Simultankontrast sollte man wissen, also warum Farben und Helligkeiten abhängig davon sind, und dass drumherum auch noch andere Farben und Helligkeiten sind. Vor allen Dingen sollte man wissen, dass es so ist und man kann dann aber auch auf die Konstanzphänomene zurückbeziehen, warum es so ist. Farbkontrast geht dann damit einher. Über den Farbwinkel sollte man etwas wissen, weil wir sagen ja, wir wollen farblich gestalten, aber nicht bunt. Dafür braucht man den Farbwinkel und wenn der Farbwinkel zu groß wird, dann habe ich immer das Ablenkungspotenzial und Techniken zu Helligkeitsübergängen sollte man haben. Also, dass man oben hell ist, unten dunkel und nicht etwa umgekehrt oder dass man auch solche Helligkeitsübergänge nicht zu intensiv gestalten soll, weil dann haben sie wieder diesen großen Ablenkungscharakter. Nur mal ein paar Folien dazu, die euch das vielleicht wieder ins Gedächtnis rufen können, über die ich aber, wie ich schon sagte, relativ zügig hinweggehe. Also dieser Konflikt Vollständigkeit versus Schnelligkeit, dieser Konflikt Vollständigkeit versus Schnelligkeit, der aufgelöst werden muss. Der Aufbau des Auges, vor allen Dingen mit dem interessanten Bereich der Fovea, wo halt die meisten Zapfen sind, wo wir also die stärkste Farbwahrnehmung haben, die höchste Farbauflösung und wo auch das scharfe Sehen passiert, weil die Dichte da einfach hoch ist. Und in dem äußeren Bereich, der anders strukturiert ist, wo erheblich weniger von diesen Zapfen zu finden sind, und jetzt hier auf der rechten Seite nochmal sieht man diese Verschaltung, also dass die Zapfen und Stäbchen, die ja hier rechts sind, extrem zusammengeschaltet sind und schon eine Verschaltung im Auge stattfindet. Die unterschiedlichen Eigenschaften zwischen zentraler und peripherer Wahrnehmung sollten parat sein, dass man vor allen Dingen Ablenkungscharakter hat in dem Bereich beziehungsweise Aufmerksamkeitslenkungscharakter. Das hier sollte man im Kopf haben für präattentive Wahrnehmung. Das ist nämlich genau diese Vorsortierung. Laterale Hemmung ist allemal ein großes Thema für diese Kontrastverstärkung. Wir haben also ein Phänomen der lateralen Hemmung bei uns im Auge, sodass wir Kontraste als verstärkt wahrnehmen, sodass wir kleine Unterschiede auch wahrnehmen können. Hier geht es um laterale Hemmung und welche Folgen laterale Hemmung hat bei Farbverläufen oder auch, wenn man starke Kontraste hat, dass man so Fehlsichtigkeiten hat. Ja, und das hier ist der Hypothesengenerator, den man wirklich einfach mal drauf haben sollte. Es gibt die Signalverarbeitung, das Wissen und die Abkürzungen, dann kommt da eine Hypothese raus, die hier mit Wahrnehmung beschriftet ist und dann gibt es zwei Rückkopplungen jeweils entweder auf die Realität, dass ich handle und auf das Wissen, dass ich das, was ich erfahren habe, dem Wissen wieder zuführe. Die Konstanzphänomene sind diese hier. Ich habe sie eben schon genannt. Formkonstanz, Größenkonstanz, Helligkeitskonstanz und Farbkonstanz. Und die Begründung ist immer die gleiche. Wenn sich eine dieser Dinge ändert, die Form, die Größe, die Helligkeit oder die Farbe, dann gehen wir immer davon aus, dass sich eine Umgebungseigenschaft geändert hat oder wir uns in Relation zu diesem Ding verändert haben und nicht etwa, dass sich ein Objekt einfach verändert. Das ist immer die unwahrscheinliche Variante und ist deswegen nicht Gegenstand dieser Hypothesen. Dann, dass man Plastizität durch Helligkeiten und Helligkeitsabstufungen hinbekommt oder auch durch Sättigungsabstufungen hinbekommt, sollte man drauf haben, denn das ist für die Gestaltung hinterher ja sehr wichtig, dass wir diese Plastizität herstellen. Es gibt dann auch noch Farbunterschiede, dass man angibt, Rot und Gelb sind eher vorne und Grün und Blau eher hinten, aber das ist etwas, was wir für die Gestaltung ja relativ wenig verwenden. Die Idee der Grundhypothese, dass das Licht immer von oben kommt, sollte man auch mal wieder im Kopf haben, was man ja an diesem Bild hier so schön sehen konnte, wo sich dann diese Eigenschaft ja verkehrt, wenn man das auf den Kopf stellt. Das hier ist das RGB-Farbmodell und das HSV-Farbmodell unten angegeben und man sieht schön, in RGB kann man bei diesen Farben gar nichts Richtiges sagen, man kann gar keine Ähnlichkeit anhand dieser Zahlen feststellen. Sehr wohl kann man das aber, wenn man das HSV-Modell nimmt, dann hat man hier die gleichen Farbtonen, nur noch die halbe Sättigung und etwas weniger Hell, was auch einer Beschreibung dieser Sprachen ganz gut entspricht. Das ist chromatische Apparation. Chromatische Apparation gilt es zu vermeiden, beziehungsweise die Folgen gilt es zu vermeiden, also muss man aufpassen, dass man nicht aus zwei verschiedenen Enden des Spektrums, also Rot und Blau, die Farben gleichzeitig darstellt und schon gar nicht in dieser vollständigen Sättigung. Hier nochmal die Begründung für chromatische Apparation, nämlich durch unterschiedliche Brechungen an der Linse. Ja, damit sind wir durch. mit unseren drei Teilen der Grundlagen und es ging dann über in einen Praxisteil und für diesen Praxisteil haben wir uns erstmal eine Leitforderung hergeleitet und haben dieser Leitforderung alles untergeordnet und noch so ein paar zusätzliche Aspekte da besprochen, die sehr wichtig sind. Also wir haben die Leitforderung Reduzierung erzwungener Sequentialität, die muss man natürlich drauf haben. Wer die in einer Klausur nicht drauf hat, bei einer Vorlesung, bei der es in nahezu jedem Video diesen Begriff drei, vier Mal gab, der hat irgendwie was falsch gemacht. Auch Designkonflikte sind etwas, was man auf jeden Fall drauf haben muss. Wir erstellen also Forderungen auf, die miteinander in Konflikt stehen und schlussendlich die Robustheit, also das Anerkennen, dass wir nicht alles unter Kontrolle haben und deswegen so gestalten müssen, dass unsere Gestaltung auch noch funktioniert, wenn andere Dinge auf dem Bildschirm erscheinen, andere Gegebenheiten vorhanden sind, die wir nicht kontrollieren können. Diese drei Themen sind hier die wichtigen gewesen und dann hier vielleicht nochmal als Erinnerung, erzwungene Sequentialität kann viele, viele Facetten haben, zum Beispiel unnötige Hindernisse können da sein, es können unnötige Schritte notwendig sein oder erzwungene Reihenfolgen können das Problem sein, dass wir zum Beispiel so einen modalen Dialog haben, so wie er da gerade rechts abläuft und wir dann da ein Problem kriegen. Designkonflikte sind schon in der Ohnmacht des Gestalters, das heißt, wir können halt nicht eine Forderung vollständig umsetzen, wir schaffen das in der Regel nicht, wir schaffen das ja schon nicht für unser Wahrnehmungssystem selbst, aber auch in der Gestaltung kommt es immer wieder zu diesen Konflikten und die gilt es aufzulösen. Und Robustheit eben, wie ich ganz schon mal sagte, wir haben nicht alles unter Kontrolle, denkt an den Vergleich mit dem Magazin, beim Magazin können wir jeden Buchstaben ganz genau auf die Seite positionieren, wir kennen jedes Wort, wir kennen jeden Übergang, wir kennen jede Farbe, das ist im User Interface nicht der Fall, weil wir immer nur einen Teil gestalten und ein anderer Teil ja dem Nutzer obliegt und auch den Umgebungen des Nutzers, in denen er diese Software dann hinterher verwendet. Gut, wir sind dann eingestiegen in die Praxis des Ganzen mit dem Bereich Präsentation und dann erstmal dem Aussehen und hier haben wir die Forderungen nach Erkennbarkeit, Einfachheit, Unterscheidbarkeit, Ablenkungsfreiheit und Wiedererkennbarkeit und diese fünf sollte man natürlich beschreiben können. Man soll also sagen, Erkennbarkeit bedeutet, dass das so und so ist, Einfachheit bedeutet das und das, Unterscheidbarkeit das und das, Ablenkungsfreiheit dieses, ist das und Wiedererkennbarkeit dieses und jenes. Ihr braucht nicht die Definition, so wie sie bei uns in der Folie stehen, auswendig können oder wie sie in dem Buch auch stehen, das sind die gleichen übrigens, sondern ihr könnt das natürlich gerne in eigenen Worten formulieren. Ich finde sowas einfacher, weil ich kein guter Auswendiglerner bin. Wenn ihr guter Auswendiglerner seid und habt die Definition aus dem Buch auswendig gelernt, ist das in Ordnung, aber ihr müsst sie auch anwenden können, denn in der Regel fragen wir euch dann auch mal nach Beispielen für sowas und dann sollte das Beispiel natürlich zur Definition passen. Das wäre immer von Vorteil. Ja, was haben wir da gehabt? Wir haben über Vordergrund-Hintergrund- Unterscheidung gesprochen, hatten wir vorher schon mal, kam hier noch mal vor, warum das so ein wichtiges Thema ist im Sinne der Erkennbarkeit. Wir haben über die Auszeichnung manipulierbarer Objekte gesprochen, da haben wir die Unterscheidbarkeit drin. Vermeidung teiltransparenter Objekte, warum man das nicht machen sollte, da war die Robustheit, die ja überall auch stand, ein ganz wichtiges Anliegen von uns. Die Objektauszeichnung, also wie kann ich es hinkriegen, dass die Aufmerksamkeit auf bestimmte Objekte gelenkt wird, wenn wir das aus irgendeinem Grunde brauchen, da spielt da die Attentionalität eine Rolle und da der Einsatz von Signalfarben, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Also sollte man zum Beispiel mal parat haben, wann man Rot einsetzen sollte. Und interessanter ist ja eigentlich bei uns, wann man Rot nicht einsetzen sollte, denn da haben wir ja durchaus Kritik geübt an etwas, was heute häufig der Fall ist, dass man zum Beispiel Löschenknöpfe Rot macht. Dann der Aufbau einer reduzierten Farbpalette, also Farbgestaltung hatten wir ja schon, aber man sollte natürlich auch wissen, wie wendet man das an. Also Farbwinkel klein halten und die Vermeidung stark gesättigter Farben. Und wir hatten da so einen Aufbau, wie man so eine Palette sich so generieren kann. Das könnte man im Kopf haben. Wir müssen nicht die Zahlen genau im Kopf haben mit den Prozentzahlen, die da drin stehen, aber dass man zum Beispiel Pastelltöne besser verwenden könnte oder dass man nur innerhalb eines relativ kleinen Winkels eine zweite Farbe sucht. Ja, das sind so Dinge, die man da parat haben sollte. Bei der Auszeichnung von Objekten, also Plastin in Sinne der Plastizität, wie kriege ich es hin, einen Button zu gestalten, um es auf die einfachste Art und Weise zu sagen oder überhaupt eine Fläche abheben zu können von einer anderen, hatten wir eine Reihe von Techniken besprochen und hier sind sie abgebildet und ihr seht sie hier alle in einer sehr subtilen Abbildung. Und man merkt das gar nicht mehr so richtig, man sieht das gar nicht mehr so gut. Das ist aber das Wichtige daran, dass man das subtil macht. Man sollte jetzt nicht irgendwie immer so knallig gestalten, wie wir das manchmal auf der Folie gemacht haben, einfach um es zu verdeutlichen. Also, was gibt es hier? Sättigungsunterschiede, vorne gesättigt, hinten ungesättigt, Helligkeitsunterschiede, vorne hell, hinten dunkel. Dann idealerweise das in Kombination. Simulierte Schlagschatten haben wir hier drin, dunkle und helle Kanten, also diese Reliefkanten haben wir hier drin und Helligkeitsverläufe haben wir auch drin und zwar hier im dritten und fünften jeweils und der ist so subtil, den bemerken wir kaum, der geht tatsächlich von links oben nach rechts unten in diesem Fall. Aber es ist wirklich minimal, sieht aber etwas plastischer aus, als in dem Fall, wo wir das dann nicht haben. Ja, was hat es auf sich mit Schattenwurf- und Reliefkanten? Das sollte man auf jeden Fall parat haben, was da die Idee dahinter ist, also dass wir eine Beleuchtung haben, von oben rechts, oben links, Entschuldigung, von oben links immer kommt die Beleuchtung und dann, dass es beim Schatten so ist, als wäre es hinterher beim Relief, als wäre es da an der Seite, das ist dann wieder nicht so wichtig. Auf jeden Fall oben und links ist das, was man sich merken muss. Rechts wäre auch okay, das ist eine Konvention, dass man es links macht, aber oben muss auf jeden Fall sein. Teiltransparente Elemente sind nicht robust, das sollte man auf jeden Fall sich merken und auch wirklich für die Gestaltung merken. Wäre schön, wenn das endlich mal wieder verschwinden würde aus unserer Gestaltung, sowas braucht man nicht. Und das hier ist die Sache mit dem Farbwinkel und der Hinweis, wie man es denn hinkriegt, passende Farben zueinander zu finden, mal so als Kochrezept aufgeschrieben hier, wenn man das so möchte. Gehen wir weiter zur Eigengestaltung. Eigengestaltung ist natürlich eine Spezialform von dem, was wir davor hatten, genauso wie es die Typografie gleich ist, aber es gab natürlich einiges Neues da zu besprechen, zum Beispiel die Komplementarität von Text und Bild. Komplementarität heißt immer sich ergänzend, also es ergänzen sich Text und Bild, die stehen sich nicht entgegen. Den Begriff der Bildhaftigkeit sollte man da drauf haben und auch den des Hinweiskarakters, also dass wir bildhafte Darstellungen häufig so sind, dass sie einen Hinweiskarakter haben, weil sie etwas abbilden, was mit dem etwas zu tun hat, worum es geht in dem Icon. Aber das muss nicht so sein. Es gibt bildhafte Icons, die von sich aus keinen Hinweiskarakter haben. Diese VLC-Icons zum Beispiel, diese Pylonen, der hat ja überhaupt keinen Hinweiskarakter auf Medienplayer. Designkonflikte sollte man auf jeden Fall gewissen. Also natürlich das Grundsätzliche hatten wir ja schon gerade angesprochen, aber auch hier Einfachheit versus Wiedererkennbarkeit und Ablenkungsfreiheit versus Unterscheidbarkeit, das sind die beiden Designkonflikte, die wir hier haben. Und man kann sie hier dann konkretisieren, also man kann auch sagen, Einfachheit versus Bildhaftigkeit oder Gleichförmigkeit versus Unterscheidbarkeit, denn Ablenkungsfreiheit bedeutet bei Icons Gleichförmigkeit und Wiedererkennbarkeit bedeutet bei Icons Bildhaftigkeit mit dieser Einschränkung, dass es ein Bild ist, was auch einen Hinweiskarakter hat. Dann kommen diese beiden Designkonflikte dabei raus und die sollte man beschreiben können und das auf eine Art und Weise, die auch den Konflikt ausdrückt. Das heißt, man muss mindestens drei Sätze verwenden, weil man muss auch ausdrücken, warum es ein Konflikt ist. Das Wiedererkennen, nicht Erkennen ist, sollte auf jeden Fall bei euch parat sein. Wir fragen wahrscheinlich nicht, was ist der Unterschied zwischen Wiedererkennen und Erkennen, was schon deswegen nicht gut geht, weil Erkennen nicht gut definierbar ist. Aber wenn ihr irgendwo wieder hinschreibt, also ihr wieder, in den letzten Jahren ist das immer wieder passiert, dass man die Bedeutung des Icons erkennen kann, dann habt ihr einen Fehler gemacht und dann werden euch auch Punkte abgezogen an dieser Stelle und das wird euch angestrichen. Also Anstreichen ist noch wenig das Problematische, sondern der Punktabzug und ihr habt ja vor allen Dingen auch einen Denkfehler da drin, denn das funktioniert nun mal nicht, die Icons sind nicht selbsterklärend. Um diesen Begriff mal zu verwenden, der gerne benutzt wird dafür. Abstrakte Icons durch Reduktion auf globale Eigenschaften und abstrakte Icons, die sich in den globalen Eigenschaften unterscheiden, das ist unsere Konsequenz, unsere Quintessenz gewesen aus den ganzen Icon-Überlegungen und da sollte man natürlich drauf haben. Also was sind globale Eigenschaften und was heißt es, dass sie sich in diesen globalen Eigenschaften unterscheiden sollten. Gehen wir mal mit ein paar Folien da durch, aber das sind die Themen, die man parat haben sollte. Das hier sind nochmal die Eigenschaften von Text und Bild, die sich so schön ergänzen. Das sollte man auf jeden Fall drauf haben. Hier nochmal unsere Icon-Klassen und da ist wichtig, dass man oben parat hat, dass es diese Bild-Icons gibt, die eine Bildhaftigkeit haben und einen hohen Hinweiskarakter. Ja und dass wir dann die reduzierten Icons haben, die ein Stück nach links wegwandern, wo wir sagen, wir reduzieren die Icons ein Stück weit, sind dann nicht mehr ganz so bildhaft, aber der Hinweiskarakter bleibt eigentlich noch genauso erhalten. Die da unten in der Ecke, die bezugslosen Bild-Icons, die wollen wir gar nicht haben und arbiträre und konzeptuelle Icons braucht man natürlich oft. Konzeptuelle vor allen Dingen auch in Kombination, dass man irgendwie was noch draufmalt auf ein anderes Icon. Von daher sind die natürlich wichtig, aber sagen wir mal, unser Hauptaugenmerk lag ja nicht auf denen, sondern lag ja eher auf den Bild-Icons da oben und da vor allen Dingen auf den reduzierten. Das Ganze hatten wir ja auch mal so als Baum dargestellt und wenn man diese Entscheidungen jeweils irgendwo nachvollziehen kann, dann ist das auch nicht schlecht. Das ist eher was zum Lernen, den müsst ihr nicht aufmalen. Ich werde euch diesen Baum nicht aufmalen lassen. Die für uns wichtigsten Icons waren halt diese hier, also die reduzierten Icons und die konzeptuellen und arbiträren Icons als Ergänzung dazu, wenn nun mal eine Darstellung eines Objektes gar nicht möglich ist. Wie zum Beispiel, mein Paradebeispiel ist immer, malen Sie ein Icon für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Also da wird es schwierig mit einem Bild. Designkonflikte sind ja sowieso sehr zentral und wir haben hier zwei Designkonflikte gehabt und diese Designkonflikte muss man aufschreiben können und das geht so, wie es hier steht, hier im Beispiel von Einfachheit versus Wiedererkennbarkeit und man braucht dann einige Sätze dafür. Man muss das eine erklären, man muss das andere erklären. Bei diesen beiden kommt jeweils raus, dass dann eine Folge vorliegt und über diese Folge stehen die im Widerspruch. Das ist der dritte Satz. Ich zeige es euch in der schematischen Darstellung. So funktioniert es tatsächlich immer. A ist gefordert, damit Ziel von A. Daraus folgt das Folge von A. B ist gefordert, damit Ziel von B. Daraus folgt Folge von B. Und Folge von B und Folge von A müssen in Widerspruch zueinander stehen bei einem Designkonflikt. Also etwas braucht gleichzeitig mehr und weniger Details. Das wäre ein Widerspruch dieser Art. Und dann muss man auch sagen, deswegen stehen die in Widerspruch zueinander. Man kann das natürlich anders formulieren. Man kann das in einem langen Satz formulieren mit einem Aber drin. Das ist auch in Ordnung, aber diese Teile müssen auf jeden Fall vorkommen. Das sind eigentlich immer drei Teile, die vorkommen. Das eine erklären mit seinen Folgen, das andere erklären mit seinen Folgen, Widerspruch erläutern. Deswegen gibt es auch gerne mal anderthalb Punkte zum Beispiel, weil man dann jeweils einen halben Punkt für das geben kann. Oder mal auch drei Punkte, je nachdem, wie wir die Aufgaben konstruieren. Typografie war ein anderes Thema hier noch in dem Bereich des Aussehens der Objekte. Da sollte man parat haben, Lesen als Hypothesenbildung, dass man also nicht Buchstabe für Buchstabe liest, sondern dass wir Worthülsen erkennen. Worthüllen, nicht Worthülsen. Worthülsen ist das, wenn jemand Unsinn redet, ohne Inhalt. Nein, was ich meine, sind Worthüllen. Also wir erkennen den Umriss von Buchstaben oder Worten und machen dann eine Hypothese über das, was da steht. Und weil diese Hypothese häufig funktioniert, weil wir gut gelesen gelernt haben, klappt das sehr schnell und wir brauchen nicht Buchstabe für Buchstabe zu lesen. In dem Zusammenhang kann man mal wissen, was Fixationen und Sarkaden sind, dass wir also diese schnellen Bewegungen haben. Da denken wir gar nicht, die bemerken wir auch gar nicht. Da gehen wir quasi der Zeile entlang und wenn wir dann an eine Stelle gucken, dann nehmen wir da die Worthülle wahr und dann wird auch die Verarbeitung stattfinden. Ja, dann haben wir über Schriftarten gesprochen und vor allen Dingen über Schriftarttypen, also über Serifenschriften, Serifenlose Schriften und Monospace-Schriften. Darauf haben wir es ja reduziert. Alle anderen haben wir ja gesagt, die brauchen wir hier nicht wirklich. Also diese drei, die reichen uns ja. Wir haben über die Eindeutigkeit von Schriften gesprochen, wie man also, worauf man achten muss, wenn man Schriften verwendet und man braucht wirklich eine eindeutige Unterscheidung der Buchstaben oder Zeichen allgemein. Braucht man ja nicht immer, aber manchmal ja schon. Und wir haben über Robustheit bei der Schriftgestaltung gesprochen. Und das führte dahin, dass wir sagen, Serifenlose Schriften, weil die Auflösung nicht bekannt ist. Denn bei niedrigen Auflösungen haben wir ja sonst diese Treppeneffekte oder Unschärfen im Anti-Aliasing. Serifenlose Schriften, weil es weniger Besonderheiten gibt. Also keine Ligaturen, an denen hatten wir es explizit besprochen. Aber auch sonst sind die halt viel einfacher und das ist uns von Vorteil. Ist immer robuster, wenn es einfacher ist. Und wir haben gesagt, wir brauchen Flattersatz, also kein Blocksatz üblicherweise, weil die Silbentrennung problematisch ist. Und wenn wir keine Silbentrennung haben, dann müssen wir manchmal in einigen Zeilen die Worte und Buchstaben weit auseinanderziehen. Und das führt zu schlechter Lesbarkeit. Und dann haben wir noch über Auszeichnungstechniken gesprochen, also Fettmachen und solche Dinge und farbliches Einfärben von Buchstaben, von Text. Dies als Erinnerung daran, was Serifen waren, also diese kleinen Füßchen unten und Serifenschriften haben noch mehr Aspekte meistens. Viele, nicht alle, aber viele haben zum Beispiel an den Enden von einem R so einen Tropfen, sieht aus wie ein I-Punkt, der dann damit dran hängt. Die sind also insgesamt aufwendiger. Man sollte auch mal parat haben übrigens, warum das ein Vorteil sein kann. Gleichmäßigerer Grauwert und vor allen Dingen unten die Zeile, die Grundlinie ist besser erkennbar. Ansonsten haben wir aber gesagt, ja, die Serifenlosen Schriften sind ja eigentlich für uns die eher interessanten und die Monospace-Schriften als eine besondere Schriftenfamilie, die man gerade ja im Bereich der technischen, ja, des technischen, des Informatik, eine besondere Schriftenfamilie, die man ja gerade so im technischen Bereich vielleicht mal braucht, programmieren und all solche Dinge. Da kann man Monospace-Schriften natürlich gut anwenden. Dies hier nochmal die Begründung, was es damit auf sich hat, wann man welche Schriftart verwenden darf in Abhängigkeit von der Bildschirmtechnologie. Und meistens kommt es heraus, dass serifenlose Schriften besser sind. Außer wir können wirklich sicher sein, dass wir eine hohe Auflösung haben. Also zum Beispiel, dass wir eine Zielplattform haben, bei der es immer nur hochauflösende Bildschirme gibt, wie aktuelle iPads zum Beispiel. Da haben wir keine Technik mehr, die nicht diese Retina-Displays verwenden würde. und daher können wir das da durchaus machen mit anderen Schriftarten. Das ist das mit den eindeutigen Schriftarten. Und ihr seht hier dieses IL1 ist das Problem und die 0 und das O. Das sind immer die schwierigen Buchstaben. Es gibt aber teilweise auch noch andere, aber dies sind die, wenn man hier auf der sicheren Seite ist, dann ist man meistens auch mit den anderen Sachen auf der richtigen Seite. Das sind die Sachen mit den Ligaturen, also die Buchstaben, die zusammengezogen werden, was bei Serifenschriftarten wichtig ist, damit das richtig aussieht und was häufig falsch gemacht wird. Entweder wird es nicht zusammengezogen, dann sieht es schrecklich aus oder es wird falsch zusammengezogen, wie hier unten bei dem Kaufinteresse. Also besser serifenlose Schriften verwenden oder eine Serifenschrift verwenden, die dieses Problem nicht hat, wie hier bei Kaufleute und grafisch unten in der Schriftart Liberation Serif. Gut, nächster Punkt, Anordnung. Es ging um Übersichtlichkeit und Strukturiertheit, also sagen können, was ist Übersichtlichkeit und sagen können, was ist Strukturiertheit und sagen können, Strukturiertheit verringert erzwungene Sequentialität, weil oder durch, so und so, dann sollte man die Maßnahmen natürlich im Kopf haben. Schauen wir uns da auch an, was die Themen waren. Wir hatten Zuordnungstechniken, Kollokation, Kongruenz, Kopplung oder auch Ähnlichkeit, Nähe und Verbindung beziehungsweise die Reihenfolge ist hier eine andere, ist hier Nähe, Ähnlichkeit und Verbindung. Vermeidung generischer Buttons ist auf jeden Fall auch eine wichtige Sache in diesem Bereich, eine besondere Form von Kollokation, dass wir also das, was passiert, wenn man auf einen Knopf drückt, auf diesen Knopf schreibt. Die Anzahl der Bildschirmobjekte verringern ist vor allen Dingen eine Übersichtlichkeitstechnik. Das bedeutet alles, was man nicht braucht, rausmachen, also alle möglichen Verzierungen, Linien, die nicht irgendeinem Zweck dienen, rausmachen. Dann das Ausrichten, auch eine Übersichtlichkeitstechnik, dass man Fluchtlinien verringert, die Anzahl der Fluchtlinien verringert und dadurch ein ruhigeres Bild schafft und auch etwas, wo man dran entlang schauen kann, wenn man etwas sucht. Und dann hatten wir noch Techniken zum Gruppieren und Absetzen, vor allen Dingen Absetzen durch Platz, das ist das Wichtigste und da sollte man auch die Technik des Stapeln statt Umrahmen im Blick haben oder im Kopf haben und sagen, warum reduziert das Erzwungene Sequentialität? Ja, weil ich an eine Stelle gucken kann und dann weiß, wohin sich diese Figur fortsetzt. Das kann ich nicht bei einer reinen Umrahmung. Da sehen wir aber gleich nochmal kurz das Beispiel. Und wichtig, eine Maske gestalten können. Wenn wir also eine Aufgabe geben, hier, das sind folgende Sachen, sollen in so einem Formular abgefragt werden, gestalten Sie das doch mal nach unseren Vorgaben, dann sollte man das können. Und wir haben ja sowohl auf dem Übungszettel das gemacht, als auch ich hier in der Vorlesung habe ja mal so ein Beispiel, ich hätte bald gesagt, an der Tafel, also hier auf dem Bildschirm bin ich das durchgegangen mit euch. Und das sollte man sich zur Gemüte führen, was da die Schritte sind und wie man das macht. Ein Hinweis übrigens für die Leute, die die Klausur dann schreiben, wenn ihr das handschriftlich machen müsst, wovon ich ja jetzt ausgehe, dass die Klausur ganz normal stattfindet, also mit Zettel und Papier, dann ist es natürlich oft so, dass man das nicht hinkriegt, dass man, also eine Fluchtlinie, dass die eher windschief ist oder krumm, dann malt ihr gestrichelt diese Linie da dran und sagt, dies ist eine gerade Fluchtlinie und dann wissen wir Bescheid. Ich kann auch nicht gut zeichnen. Also ich weiß nicht, wie es mit meinen Tutoren ist, ob das alles die größten Zeichner vor dem Herrn sind. Ich bezweifle es allerdings ein bisschen, muss ich sagen. Aber, also Informatiker sind es meistens nicht. Aber wir legen auf jeden Fall nicht darauf Wert, dass das hinterher Kunstqualität hat, sondern dass wir erkennen können, was ihr da tun wolltet. Und darauf kommt es uns an. Wenn ihr das nicht zeichnen könnt, dann müsst ihr es hinschreiben. Bitte aber nicht den Trick machen, wie letztes Jahr das jemand versucht hat und gar nicht zeichnen und alles nur hinschreiben. Also schon auch eine Zeichnung anfertigen, wenn wir sagen, es soll eine Zeichnung durchgeführt werden. Hier einmal im Überblick diese Möglichkeiten jeweils jetzt hier am Herd, also durch ähnliche Anordnung, durch Nähe zum geschalteten, also hier zur Herdplatte und durch Kopplung, also mit einer Verbindungslinie. Und dann sollte man sich halt klar machen, Nähe ist für uns im User Interface in der Regel das zu bevorzugende. Kongruenz ist eher dann interessant, wenn wir das nicht zusammenbringen können, aber die Zuordnung trotzdem herstellen wollen. Da kann es ja zum Beispiel sein, dass wir zum Beispiel alle Stellglieder an einer Stelle haben wollen und dann müssen wir aber trotzdem diese Zuordnung hinbekommen. Und Kopplung ist etwas, was man immer in Kombination mit einsetzen kann und auch durchaus sollte. Kann ruhig mehr verwendet werden, Kopplung im User Interface. Ja und generische Buttons als Problem dieser Lokalität und hier seht ihr es immer, hier steht okay, wo steht was okay ist, hier steht ja, wo steht was ja, ist immer woanders. Das ist ein Lokalitätsproblem, also ein Zuordnungsproblem an dieser Stelle. Das hier nochmal als das einfache Beispiel zum Weglassen von Objekten und nochmal, wie beeindruckend das eigentlich ist, ohne mich jetzt übermäßig selbst loben zu wollen, wie viel aufgeräumter das aussieht, einfach nur durch dieses Weglassen dieser vielen extrem auffälligen Elemente. Fluchtlinien haben wir mal hier eingezeichnet, das ist aus einer Lösung von vor ein paar Jahren und da hat mal jemand tatsächlich alle Fluchtlinien eingezeichnet und da sieht man schon, das ist schon gewaltig und das kann man gewaltig reduzieren, vor allen Dingen diese eng aneinanderliegenden Fluchtlinien auf eine Fluchtlinie reduzieren. Wenn wir euch bitten sollten, Fluchtlinien einzuzeichnen, dann braucht ihr nicht so viele einzuzeichnen, sondern denkt daran, den linken Rand der Elemente, den unteren Rand der Elemente, die Grundlinien des Textes, das sind schon mal die wichtigsten Fluchtlinien, die man haben sollte und wenn man auf denen für Ordnung sorgt, dann ist man schon mal ganz gut dabei. Für die Formulare, ich habe ja schon mal gesagt, Formulare gestalten ist ein Beispiel, was wir gerne nehmen, dann sollte man da parat haben, dass man hier diesen Konflikt halt hat, dass man, wenn man die Beschriftungen, die Feldbeschriftungen linksbündig anordnet, für lange Löcher sorgen kann und deswegen, dass dann gerne mal gemacht wird, dass die rechtsbündig angeordnet werden. Das ist nicht ganz schrecklich, aber in unserem Sinne nicht sinnvoll, weil wir wollen die Fluchtlinien reduzieren und wir wollen dafür sorgen, dass man auch dran entlang gucken kann und zum Beispiel ein Feld finden kann und dann ist Linksbündigkeit wichtig und da gibt es halt Techniken. Es gibt die Technik des Abkürzens, wie man hier in der Mitte sieht, wo man Abischnitt statt Abiturdurchschnitt nimmt und dann geht das schon relativ problemlos oder auch die Änderung der Anordnung, sodass diese Beschriftungen zwischen den Feldern stehen und auch dann haben wir gar kein Problem mehr mit dieser Anordnung an dieser Stelle. Hier auch mal eine Verbesserung einer solchen Maske in Bezug gleich auf mehrere hin. Hier auch mal eine Verbesserung einer solchen typischen Ansicht eines Einstellungsdialogs, eines Einstellungsfensters in Bezug gleich auf mehrere Dinge. Es wurden hier erstmal einige Unschönheiten entfernt, wie dieses etwas überflüssige Icon dort und auch diese Sternchen, die auf Funktionalitäten hinweisen übrigens, die man nur dann braucht, nur dann hat, wenn man die Bezahlversion hat, aber die hatte ich hier und warum man dann noch darauf hinweisen muss, das ist unmöglich eigentlich. Also darauf wurde aufgeräumt und dann wurde durch Ausrichten, durch Alignierung wurde hier einiges verbessert und man sieht rechts unten, das Ergebnis ist durchaus auch wieder beeindruckend, wie viel übersichtlicher das ist, einfach nur durch diese einfachen Techniken. Die wichtigste Technik für die Schaffung von Gruppen ist erstmal, dass man die Sachen überhaupt in räumliche Nähe bringt. Das ist wichtig. Also die Dinge, die zusammengehören, müssen in räumlicher Nähe sein und wenn man sie in räumlicher Nähe hat, dann gilt es, sie abzusetzen und die beste Absetzungstechnik ist gleichzeitig die einfachste, aber manchmal auch die problematischste, ist das Schaffen von Platz, so wie man das hier sieht. Wenn ihr euch jetzt dieses Bild hier anguckt, dann seht ihr, das Hinzufügen von Linien ist nicht erfreulich und mit sowas wie diesen Schattenkanten hier sind wir schon erheblich besser dran und wenn wir das dann noch zusätzlich kombinieren mit verschiedenen Helligkeiten zum Beispiel, dann sind wir schon komplett auf der sicheren Seite. Zum Stapeln statt Umrahmen dieser Hinweis hier, ich gucke an eine Stelle, sehe drei Linien, wo geht was weiter, was ist welche Figur, ich kann es nicht sehen an dieser Stelle und das ist genau das Problem und schon bei einfachen Reliefkanten, wo ich mit hellen und dunklen Kanten arbeite, habe ich das hier so und es ist auf einmal total unproblematisch, dass ich sage, das geht nach links, das geht nach links und das geht nach rechts weiter, besteht überhaupt gar keine Frage mehr und hier sieht man das dann im Vergleich und man sieht sofort, dass das viel, viel plastischer ist beim Stapeln als beim Umrahmen, obwohl nur ein winziger Unterschied ist und selbst in anderen Techniken wie dieser hier ist auch immer klar, was ist oben, was ist unten, wohin setzt sich welche Figur fort. Wir sind mittlerweile angekommen bei der Interaktion, also haben die Präsentation mit Aussehen und Anordnung hinter uns gelassen und dann ging es weiter in der Vorlesung mit dem Bereich Interaktion und da haben wir die Bereiche Eingaben, Prozesse und Rückmeldung, das entspricht dann so dem EFA-Prinzip Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe, aber wir haben sie nicht in der Reihenfolge besprochen, weil wir nach der Eingabe erstmal die Rückmeldung sinnvollerweise behandeln und dann gucken, wie wir die Prozesse uns angeguckt haben. Also es fing mit den Eingaben an und Eingaben hat an sich zwei große Bereiche, der erste ist die Eingabeminimalität und dann die anderen drei Forderungen, die wir da haben, also Eingabepräzision, Eingabeschnelligkeit und Eingabesicherheit, die haben wir unter Handhabung zusammengefasst. Bei Eingabeminimalität gab es eine ganze Menge von Techniken, wie Standardwerte, wiederveränderbare Einausgaben, ausgabenspezifische Eingabebeschränkungen, also dass wir nicht alle Eingaben machen können und dadurch schneller irgendwas durchgehen können. Das Angebot häufig benutzte Nebenfunktionen, was natürlich sehr kontextabhängig ist. Was aber immer geht, ist ein direktes Handlungsangebot, also wenn schon da steht, was man machen soll, dann sollte man diese Handlung auch direkt an dieser Stelle ermöglichen und anbieten. Die Vermeidung reiner Auswahlbestätigung, inkrementelle Rückmeldung, das waren wichtige Techniken, die wir bei der Eingabeminimalität besprochen haben und die man in fast jeder Software irgendwo auch anwenden kann, wo man auch ganz viele Probleme findet. Der Bereich Handhabung war stark geprägt durch FITS Law und zwar da vor allen Dingen durch diesen Index of Difficulty, den Schwierigkeitsgrad, den sollte man sich auf jeden Fall klar machen, wie der eigentlich definiert ist, wovon der eigentlich abhängt, nämlich hier von der Distanz, um etwas zu zeigen und von der Toleranz und diese Toleranz, das ist gerade das Interessante, da können wir nämlich so viel dran machen, die können wir erhöhen. Distanz ist häufig nicht zu ändern und daraus haben wir alles Vorherige, alles Vorherige, alles Nachfolgende eigentlich dann abgeleitet, vor allen Dingen auch diese drei Möglichkeiten, also vor allen Dingen die Schnelligkeit und die Sicherheit, die hängen nämlich direkt mit FITS Law zusammen, denn über diesen Index of Difficulty werden die quasi moderiert, wenn man so möchte. und dann kommt als letztes noch, was hier steht, die Betrachtung unendlich großer Bildschirmränder, beziehungsweise unendlich großer Flächen am Bildschirmrand, also beliebig große Toleranz, kann man sagen, haben wir am Bildschirmrand und das ist an der Stelle dann auch noch etwas, was man betrachten und nutzen sollte, aber auch sich klar machen sollte, dass man das nur in sehr wenigen Fällen nutzen kann, nämlich nur dann, wenn man eine Technik mit einem Zeiger verwendet, also mit Maus oder mit Trackpad arbeitet und wenn man den ganzen Bildschirm unter Kontrolle hat. Hier ist auch gleich FITS Law in seiner Beschreibung, also hier in der Variante mit dem ID, also mit dem Index of Difficulty und da steht Logarithmus zur Basis 2 von D durch T plus 1, D ist die Distanz und T ist die Toleranz und das sollte man auch parat haben, nicht unbedingt die Formel, aber man sollte sagen können, welchen Zusammenhang FITS Law eigentlich beschreibt und den kann man jetzt auf zwei Arten und Weisen ausdrücken, das eine wäre das mit dem MT, mit der Mean Time, dann kann man dann sagen, FITS Law beschreibt den Zusammenhang zwischen der Zeit, die man braucht, um ein Objekt zu zeigen, von seiner Distanz und seiner Toleranz, um darauf zu zeigen oder man könnte auch die Größe sagen, also man könnte da auch sagen, FITS Law beschreibt den Zusammenhang, um ein Objekt, aber auf ein Objekt zu zeigen, von seiner Distanz und seiner Größe, aber ihr könnt das auch rein mit dem Index of Difficulty beschreiben und sagt, FITS Law beschreibt den Schwierigkeitsgrad, um auf ein Objekt zu zeigen und der hängt ab von der Distanz und der Toleranz. Das ist mir in diesem Falle egal und die Sache mit dem Schwierigkeitsgrad ist das, um das es geht, das mit der Zeit, das ist da nur eine Anwendung davon, wenn man so möchte, denn diese Zeiten sind uns egal. Wichtig ist, dass man sich merkt, dass es von der Richtung abhängt, in die man zeigt, das sieht man auf dem Bild hier unten und die Sache mit den unendlich großen Bildschirmrändern, die sieht man hier direkt unten unter diesem Video da eingezeichnet. Flexible Objektgranularität ist etwas, was man im Kopf haben sollte, das hat nämlich was damit zu tun, dass wir uns hier mit einem digitalen Medium zu tun haben und Objektgranularitäten nicht fest sind, sondern dynamisch erzeugt werden können, das hier war das Beispiel dazu, wiederverwendbare Ein-Ausgaben, sehr zentral mit dem Leitspruch, etwas, das schon mal in den Computer eingegeben wurde oder von ihm ausgegeben wurde, sollte nie wieder eingegeben werden müssen. Das kann man sich eigentlich als Leitspruch dafür ganz gut merken. Die Sache mit dem direkten Handlungsangebot ist diese hier, also wenn mir doch das System sagt, was sich tun soll, warum kann ich das an dieser Stelle nicht tun und da gibt es ja viele Beispiele dafür, die wir gefunden haben, an denen das tatsächlich so ist. Ihr werdet auch in Software immer wieder welche finden und man sollte es doch nicht so machen, sondern man sollte es so machen, wie es hier in den 80ern schon gemacht wurde, bei diesem Tempos-Editor. Was man auch überall findet, sind diese reinen Auswahlbestätigungen, wie hier zum Beispiel, ich habe eine Frage, dann habe ich drei Punkte zur Auswahl und unten Buttons und die Buttons bestimmen nur, ob die Auswahl überhaupt Belang hat oder nicht. Das ist das, was wir meinen, wenn wir sagen, wir sollen reine Auswahlbestätigungen vermeiden. Bitte, bitte, bitte. Wir haben immer wieder in den Klausuren gelesen, wenn wir das fragen, was das bedeuten soll, dass die Leute dann gesagt haben, man sollte Sicherheitsabfragen vermeiden. Diese Sind-Sie-Sicher-Fragen. Ja, bitte keine Frage machen, wie sind Sie sicher? Ja, nein, weiß nicht. Aber, solch ein Hinweis so vor wegen, Sie löschen jetzt die Festplatte, bitte bestätigen Sie doch nochmal und dann haben wir einen Knopf, auf dem draufsteht, wirklich löschen. Das ist sinnvoll. Natürlich ist das eine Sequenzialität, aber es ist eine Sequenzialität, die vor Fehlern schützt, die man machen kann, weil man kann ja versehentlich auf solche Dinge drücken oder ist sich über die Konsequenz vielleicht nicht im Klaren. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass man diese reine Schikane im User-Interface an dieser Stelle mit diesen Bestätigungen der Auswahl, die man direkt darüber getroffen hat, vermeiden soll. Nicht darum, Sicherheitsabfragen zu vermeiden. Also bitte macht diesen Fehler nicht auch. Dann haben wir Rückmeldungen besprochen. Also wir haben ja eine Eingabe gemacht, dann ist etwas in Gang gesetzt und dann brauchen wir eine Rückmeldung und die Rückmeldung hat drei große Eigenschaften oder sollte drei große Eigenschaften haben. Die eine ist die Differenziertheit, das nächste ist die Unmittelbarkeit und die Lokalität und auch diese drei muss man parat haben und muss sagen können, was das bedeutet. Ja, genau das ist auch das, was hier steht. Bei Differenziertheit haben wir doch die Unterscheidung gemacht, beziehungsweise das klarer definiert in Feedback, was ist eigentlich passiert und Feedforward, was kann alles passieren, also beziehungsweise was habe ich alles für Möglichkeiten und beides brauche ich natürlich. Und dann haben wir noch die fortlaufende Rückmeldung besprochen, als Technik, die wir einsetzen müssen, wenn die Unmittelbarkeit nicht mehr funktioniert. Unmittelbarkeit heißt ja, wir reagieren sofort auf eine Eingabe, machen sofort eine Rückmeldung und im Zweifelsfalle ist die Berechnung oder der Prozess oder was ich immer tue, kopieren, egal was, noch nicht fertig. Also muss ich eine fortlaufende Rückmeldung machen, das heißt, ich mache den Gegenstand der Bearbeitung selber oder der Verarbeitung, den Prozess selber, den mache ich zum Gegenstand der Rückmeldung und da gibt es natürlich entsprechende Techniken dafür, die wir uns angeschaut haben. Lokalität sicherstellen ist sehr, sehr wichtig, auch bei Barrierefreiheit habe ich das nochmal angesprochen, also dass die Rückmeldung da passiert, wo wir hingucken und da gibt es Techniken für, zum Beispiel so Knöpfe, die in sich leuchten. Wenn ich also den Knopf drücke, dann fängt der Knopf selber an zu leuchten und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, wenn ich den Knopf gedrückt habe, da auch hingeschaut habe, ist sehr, sehr hoch. Auch, dass ich, wenn ich hier tippe, da an der Stelle, wo ich schreibe oder wo die Buchstaben erscheinen, auch hingucke, ist sehr hoch, deswegen kann ich auch da an dieser Stelle eine Eingabe machen. Das gleiche gilt auch für den Mauszeiger, da wo ich mit dem Mauszeiger bin, da gucke ich auch hin, also kann man auch an dieser Stelle gut Einblendungen machen, weil die sind immer lokal und hier an dieser Stelle sind es lokale, kontinuierliche, differenzierte Rückmeldungen und unmittelbar erscheinen sie auch, weil sie immer da, wenn sich was ändert, also wenn ich auf einen anderen Untergrund gehe, ändert sich ja auch gleich diese Rückmeldung. Dann hatten wir Meldungsfenster besprochen mit diesen Elementen drin, das ist die klassische Variante, die sollte man natürlich auch parat haben und wichtig ist, was ist daran Feedback und was ist Feedforward. Der Meldungstitel ist in der Regel in erster Linie Feedback, auch das Icon ist Feedback, die Knöpfe sind immer Feedforward, wenn ich sie nicht generisch beschrifte, sondern konkret beschrifte, sind sie Feedforward, denn da steht drauf, was ich machen kann und in dem Meldungstext habe ich beides drin, weil ich dann in der Regel die Vergangenheit mit der Zukunft verbinde an dieser Stelle. Da kommen wir dann zu dieser Art von Meldungstexten. Wenn wir die noch verbessern wollen und sagen, nach unseren Kriterien der Strukturiertheit soll das auch noch geschehen, dann kommen wir zu solchen Resultaten, wo wir dann sagen, die Beschreibung des Knopfes, die packe ich auch zum Knopf und die packe ich nicht irgendwo versteckt in so einen Meldungstext hinein. Was die fortlaufende Rückmeldung angeht, haben wir hier ein super Beispiel. Es handelt sich hier um den Total Commander, also ein Explorer-Ersatz, allerdings sehr, ja, ein bisschen nerdiger Explorer-Ersatz, ein bisschen sehr technischer Ersatz, aber das macht ja nichts an dieser Stelle, aber er hat alle möglichen Funktionalitäten, er zeigt sehr viel Information an über den Verlauf, den wir gerade haben, auch den Fortschritt und zwar sowohl gesamt als auch für die einzelne Datei. Wir haben Fortschritt in Datenmengen, wir haben Geschwindigkeitsangaben, wir haben eine Prognose, wie lange es noch dauern wird. Es ist also sehr viel Information da, es ist sehr differenziert und ich kann hier auch abbrechen und ich kann unterbrechen, also das ist auch noch schön und ich kann sogar Nebenläufigkeit hinkriegen, ich habe sogar diese Prozesscharakteriken der Beeinflussbarkeit an dieser Stelle auch schon. Wenn allerdings man auf abbrechen drückt, dann passiert das, was auf der rechten Seite passiert, Abbruch durch den Benutzer, okay, abbrechen, das ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr typisches Beispiel für den Nachteil generischer Knöpfe und hier wird auch vor allen Dingen der Abbrechen-Knopf problematisch, denn ich breche jetzt das Abbrechen ab und das ist natürlich überhaupt keine hilfreiche Angabe an dieser Stelle. Kommen wir auch direkt zum Bereich Prozesse, da hatte ich ja gerade jetzt schon gesagt, wir hatten da dieses Abbrechen, das Unterbrechen und die Nebenläufigkeit, das hatten wir gerade in diesem Bild unten schon gesehen mit Pause, Abbrechen und Hintergrund kann ich genau diese drei Funktionalitäten erreichen und genau die hatten wir auch bei der Beeinflussbarkeit besprochen, nämlich Abbrechbarkeit, Unterabbrechbarkeit, Nebenläufigkeit, aber nicht nur für langlaufende Prozesse, sondern auch für lange Handlungsfolgen, also zum Beispiel einen Bestellvorgang oder sowas, wo ich ja mehrere Handlungsfolgen hintereinander mache, auch den muss ich abbrechen können, unterbrechen können idealerweise, Nebenläufigkeit macht dann in dem Zusammenhang nicht ganz so viel Sinn, es sei denn, ich sage, ich möchte mit der gleichen Software auch noch gleichzeitig was anderes machen können, auch das könnte man sich überlegen, haben wir aber nicht so intensiv besprochen. Vorher hatten wir aber noch Attentionalität und Methoden zur Attentionalität, also dass man was blinken lässt, dass man ein Icon hüpfen lässt, dass man Klänge abspielt. Das waren so die Techniken, die wir da besprochen haben und die führen alle zur Aufmerksamkeitsleitung und können dann natürlich immer alle auf der anderen Seite auch ablenkend sein. Man muss also mit diesen Techniken immer aufpassen, dass man die maßvoll einsetzt. Das Wichtigste ist, wie gesagt, die Abbrechbarkeit mit dem zweiten Aspekt des Abbrechens danach, wie ich das gesagt habe, also der Rücknehmbarkeit, der Undo-Funktionalitäten, darüber sollte man ein bisschen was wissen und sich Gedanken machen können. Dann kommt die Unterbrechbarkeit und bei der Unterbrechbarkeit kommt jetzt vor allen Dingen neu dazu, dass man erstmal kompliziertere Zustände hat, denn wenn ich was unterbreche, könnten sich die Grundlagen der Verarbeitung ändern, aber vor allen Dingen brauche ich auch neue GUI, neue grafische Nutzungsschnittstelle für die Verwaltung der unterbrechbrochenen Dinge. Das heißt, ich komme auf jeden Fall in Konflikt mit anderen Forderungen. Das kann gar nicht anders sein. Auch das geht bei länger laufenden Bearbeitungen. Das heißt, Unterbrechbarkeit in Bezug auf einen länger laufenden Prozess sollte auch immer gegeben sein. Ich sollte also zum Beispiel einen Bestellvorgang an jedem Bestelle unterbrechen können und hinterher fortsetzen können. Das ist häufig schwierig, gerade wenn ihr an solche Techniken auch denkt, wie Sessions, die abläufen, laufen. Das geht genau dagegen. Aber es ist natürlich ein Sicherheitsfeature. Also da haben wir eine gewisse Gemengelage an dieser Stelle. Ja, damit sind wir auch mit diesem Bereich Interaktion durch und kommen zum Bereich der Orientierung. Bei der Orientierung ging es ja darum, dass wir anerkennen müssen, dass wir in der Regel zu viel auf dem Bildschirm haben, beziehungsweise nicht auf dem Bildschirm, sondern zu viel im Angebot, zu viele Funktionalitäten, zu viele Objekte, zu viele Inhalte, zu viele Daten, wie immer man das nennen möchte. Auf jeden Fall zu viel. Und wir müssen das schrittweise zugänglich machen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall Übergänge von einem Objektarrangement in ein anderes. Und genau um die ging es hier mit diesen drei Forderungen nach Erschließbarkeit, nach interner Konsistenz und nach Kontinuität. Und die kann man sich jetzt so ein bisschen, wenn man die jetzt ein bisschen flapsig formulieren kann, könnte man sagen, Erschließbarkeit ist, Wegweiser zu haben, wo ich alles so hinfinde. Kontinuität ist geschmeidige, langsame Übergänge irgendwo hinzuhaben. Und interne Konsistenz ist, mich überall zu Hause zu fühlen. Also selbst wenn ich woanders bin, sind die Dinge da nicht ganz anders als vorher. Und wir bezogen das immer auf unsere Software, auf unsere eigene Software. Wenn wir uns für eine Sache entschieden haben, dann müssen wir dabei auch bleiben. Ja, Erschließbarkeit. Was haben wir da besprochen? Wir haben über Scrollbars gesprochen und vor allem das Problem, wenn wir keine mehr haben. Und auch Gesten und Co. Also wo ist eigentlich Erschließbarkeit in Gefahr? Wir haben über Handlungsfolgen gesprochen, die Darstellung von Handlungsfolgen, also Vorschauen. Das ist ja immer eine Technik, die mir hilft zu erschließen, was alles möglich ist und was dann auch passieren wird. Ich brauche also im Zweifelsfall die Handlung gar nicht zu machen. Und die Technik Aufdecken bei Bedarf oder auch Progressive Disclosure genannt, haben wir hier besprochen, mit der wir es hinkriegen. Ja, die Anzahl der Elemente am Bildschirm klein zu halten, obwohl wir sie alle zugänglich haben, weil die immer nur dann erscheinen, wenn ich sie auch brauche. Das ist der Übersichtlichkeit sehr, sehr zugänglich, wenn ich diese Elemente nicht ständig brauche, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie brauche, gering ist. Aber wenn ich sie brauche, brauche ich einen weiteren Klick. Wir haben also hier wieder einen Designkonflikt. Das steckt in Konflikt. Da steht die Eingabeminimalität in Konflikt mit der Übersichtlichkeit und die Erschließbarkeit muss dabei gewährleistet bleiben. So könnte man es sagen, um diese drei Forderungen da alle gleich reinzubringen. Dann haben wir bei interne Konsistenz gesprochen. Hauptargument, keinen Unterschied einführen, der keinen Unterschied macht. Oder ein Unterschied, der keinen Unterschied macht, ist eine Konsistenzverletzung. Wir haben über stabile Objektpositionen gesprochen, weil räumliche Stabilität eine der wichtigsten Dinge ist, weil wir stark räumlich orientiert sind und wenn Dinge an der anderen Stelle sind, dann irritiert das ganz extrem. Übergänge geschmeidig gestalten in Animationen haben wir besprochen, weil dann nicht diese Situation passiert, dass plötzlich etwas weg ist oder plötzlich etwas woanders ist oder plötzlich etwas erscheint, sondern man hat es kommen und gehen sehen. Das ist sehr, sehr hilfreich. Man konnte mit dem Auge folgen und fühlt dann nicht diese Desorientierung und räumlichen Kontext erhalten. Da geht es um das Extremste davon, also nicht das hinterher so hinzukriegen, dass wir in der einen Situation dieses Objektarrangement haben und in der nächsten Situation ein ganz anderes, was früher Usus war, heute relativ selten ist. Aber ich hatte euch ja das Beispiel aus Word gezeigt und zeige es euch gleich auch nochmal. Also Erschließbarkeit historisch, das habe ich jetzt das einzige Mal so eine Motivationsfolie noch mit hier reingebracht, weil die halt so schön das zeigt. Ich kann am Bildschirm sehen, was alles wirklich ist. Es wird mir hier am Bildschirm angezeigt und dadurch kann ich mir die Software erschließen. Ich brauche nicht irgendwie ein Handbuch, wo ich irgendwie die kryptischen Zeichen nachlesen kann. Die stehen hier am Bildschirm. Kein Problem an dieser Stelle. Und es zeigt auch so schön, das ist nichts Neues und ich brauche auch nicht die neueste super duper grafische Nutzungsschnittstelle dafür, sondern es ging auch schon damals gut mit der Erschließbarkeit. Das als Beispiel für Vorschauen. Ich brauche hier also gar nicht mehr zu, diese Datei gar nicht zu öffnen im Zweifelsfalle, vor allen Dingen nicht, wenn es die falsche ist. Und auch diese Schnellformatvorlagen, ich sehe direkt, was passieren wird, wenn ich das Ganze anklicke. Das hier als Beispiel für Aufklappen bei Bedarf. Diese erweiterten Optionen sind halt in der Regel nicht notwendig und ich muss sie nur aufklappen, wenn ich irgendwie geneigt sein sollte, da rein zu gucken. Guckt euch das Video nochmal an. Ich hatte da noch kritisiert, dass das nicht besonders gut beschriftet ist hier mit erweiterten Optionen, weil man nicht weiß, was da drin steht. Interne Konsistenz mit diesem Leitspruch, ein Unterschied, der keinen Unterschied macht, ist eine Verletzung der internen Konsistenz. Und hier haben wir ein Beispiel dafür, das ist auch gleich einer, der mit räumlicher Stabilität zu tun hat. Unten die Knöpfe zum Beispiel in einer Funktion, die sehr vergleichbar ist, beides mal Einfügefunktion und die Knöpfe sind an anderen Stellen. Das ist eine Stabilitätsverletzung, räumliche Stabilitätsverletzung und damit eine Verletzung der internen Konsistenz an dieser Stelle. Ja, wir hatten Animationen besprochen als Techniken zur Kontinuität, also dass man hier solche Animationen drin hat, die es mir ermöglichen, den Überblick nicht zu verlieren, obwohl hier Objekte am Bildschirm an eine andere Stelle springen. Und dieses nochmal, um euch das ins Gedächtnis zu rufen, als Beispiel für einen räumlichen Kontext, der vollständig verschwindet, ich gucke mir das so an, wenn ich auf Datei klicke, passiert das, ich bin ganz woanders. Das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Das hat nämlich überhaupt gar keinen Grund, dass man das so machen sollte. Dann sind wir zum Thema Navigation übergegangen. Wir hatten ja noch zwei Unterthemen quasi, Navigation als die Techniken, um das Ganze zugänglich zu machen, was ich alles habe, die große Menge zugänglich zu machen. Und wir hatten immer den Grundkonflikt Übersichtlichkeit versus Vollständigkeit. Vollständigkeit ist quasi das Extremum der Erschließbarkeit. Da wäre einfach alles auf dem Bildschirm zu sehen. Das schaffen wir aber in der Regel nicht, denn das braucht Platz und auch unser Wahrnehmungssystem kann nicht gleichzeitig beliebig viel wahrnehmen. Deswegen brauchen wir die Übersichtlichkeit und damit kriegen wir das nicht hin. Wir brauchen also andere Techniken der Erschließbarkeit und da gehen diese Navigationstechniken genau hin. Wir brauchen dafür Strukturen. Strukturen können syntaktische Strukturen sein oder semantische Strukturen, also komplett durch den Computer oder aufgrund der Daten erzeugbare, rein aufgrund der Form und Anordnung erzeugbare Strukturen oder semantische Strukturen, dass ich also sage, diese Sachen sind thematisch zusammengehörend. Es gibt dann Techniken auf diesem Index, also diese Struktur würden wir Index nennen und dann gibt es Techniken, die zeigen die Objekte des Indexes an. Das sind Menüs, Reiter, lokale Karten und Breadcrumbs, die haben wir besprochen und wir hatten das Ganze auch noch auf Objektebene besprochen, also zur Ausschnittswahl, Techniken zur Ausschnittswahl und da sind vor allen Dingen Scrollen und Blättern die beiden, die wichtig sind. Wir haben auch noch über verzerrte Darstellungen gesprochen, also Fisch-Eye-Views, aber das heißt mehr so ein Ausblick gewesen, so eine zusätzliche interessante Technik, die spielt zumindest, sagen wir mal, in den Prüfungen keine Rolle. Das kann ich euch an dieser Stelle versprechen. Ja, wie dieses, was hier drauf ist, habe ich euch alles gerade eigentlich schon erzählt, aber ihr seht nochmal oben, da seht ihr Menüs und auch dieses Burger-Menü, da kann man sich nochmal klar machen, wann braucht man welches und das ist ein unterschiedliches Austarieren dieses Design-Konfliktes. Dann haben wir die Reiter da und da haben wir darüber gesprochen, wie man sie auch darstellen sollte, also so nicht, so ist es relativ schlecht, weil man relativ schlecht erkennen kann, welches der ausgewählte Reiter gerade ist und auch über Karten und Breadcrumbs haben wir im Zusammenhang hier gesprochen. Ja, die Frage nach der Anzahl der Elemente am Bildschirm, the golden number seven, da solltet ihr euch vor allen Dingen merken, dass das nicht sinnvoll ist und auch warum das nicht sinnvoll ist. Also warum gibt es keinen ergonomischen Grund, dass man sagt, es dürfen nur sieben Elemente in einem Menü sein, denn denkt einfach daran, Menü zeichnet sich ja dadurch aus, dass es sichtbar ist und persistent sichtbare Elemente enthält, auf die ich mich beziehen kann, wo ich dann auswählen statt erinnern machen kann und diese Untersuchung zur Magical number seven ist genau eine Erinnerungsaufgabe gewesen, die bezieht sich also auf ganz was anderes. Über Scrollbars haben wir gesprochen und was für Elemente Scrollbars so hat, ihr braucht die nicht betiteln zu können, also ihr könnt die auch irgendwie umgangssprachlich betiteln, braucht nicht Bildlauffeld zu haben, zu sagen oder sowas, aber wichtig ist, was zeigt die Scrollbar eigentlich an? Sie zeigt an, wo im Ganzen ich mich befinde und in welche Richtung es weitergehen kann, wie viel dann da noch kommt und vor allen Dingen, wie groß der Ausschnitt im Verhältnis zum Ganzen ist. Also man hat zwei Sachen, also wo bin ich und wie groß ist das Verhältnis zum Ganzen und was ermöglicht die Scrollbar, ja diese Dinge auch zu erreichen, indem ich dieses Bildlauffeld verschiebe oder diese Knöpfe da drin benutze. Und dann ging die Argumentation dahin, wie sinnvoll es ist und dass es sinnvoll ist, dass man diese Scrollbars immer sieht, denn wenn ich die Scrollbars nicht mehr sehe, dann habe ich ein Problem, dann habe ich weniger Orientierungsinformationen und kann mir überhaupt gar kein Bild darüber machen, wie ich eigentlich fortfahren sollte. Mir wird also die Strategiebildung vermiest an dieser Schnitte. Dann kamen wir zur Modusgestaltung, weil Modusgestaltung ist wichtig, dass ihr wisst, was ein Modusproblem ist, also wann ein Modusproblem vorliegt und dann typische Modusproblemsituationen kennt und entsprechende Vermeidungsstrategien kennt. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir darüber besprochen haben. Wir haben hier also die Moduscharakterisierung, wo man jetzt hier da sagt, naja, das hängt damit zusammen, welche Funktionen da verfügbar sind und dass in einem Modus der Funktionsumfang ein anderer ist als ein anderer und es von einem Systemzustand abhängt. Das ist eine Definition, die man so nehmen kann, die aber zu breit ist, aber wir haben dann ja gesagt, wir wollen sowieso nicht definieren, was ein Modus ist, sondern wir wollen vor allen Dingen sagen, wann es ein Problem ist, dass man einen Modus hat und da ist diese Definition die wichtige, vor allen Dingen auch diese Umkehrung da. Ein Modusproblem kann nicht vorliegen, wenn die Reaktion des Interfaces auf eine Eingabe unabhängig vom aktuellen Systemzustand ist oder falls die Eingabe abhängig vom Systemzustand ist, dieser Systemzustand dem Benutzer aber bewusst ist. Das heißt, diese Definition von Modusproblem in der positiven oder negativen Variante sollte man auf jeden Fall parat haben, denn damit kann man dann diese problematischen Situationen erkennen und auch daraus ableiten, wie man es besser machen kann. Und da haben wir ja gesagt, Modi reduzieren ist das eine, dann ist natürlich dieser erste Punkt schon nicht mehr erfüllt, also wenn ich gar nicht verschiedene Reaktionen habe, dann habe ich weniger Modi oder weniger Modusumfang, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Und dann muss man andere Dinge noch tun, man muss die Moduswechsel vor allen Dingen explizit machen und den aktuellen Modus verdeutlichen, sodass dieser Systemzustand, von dem hier gesprochen wird, immer klar ist, dass dem Benutzer also klar ist, warum jetzt anders reagiert wird, als sonst immer reagiert wird. Das muss eindeutig sein. Wir sind dann übergegangen und haben diesen Bereich hier der Orientierung auch abgeschlossen und sind übergegangen in den Bereich Kontext. Und im Bereich Kontext hatten wir eigentlich auch zwei große Themen. Das eine ist das dynamische Umfeld mit Anpassbarkeit und Heterogenität und dann hatten wir noch den Bereich, der sich um die Konventionen kümmert, wo es um die Konformität geht, also dass es Regeln im Fall außen gibt und damit meine ich jetzt nicht gesetzliche Regeln, sondern irgendwie so Geflogenheiten, an die man sich zu halten hat und einen sehr guten Grund braucht, um dagegen anzugehen. Fangen wir an mit dem dynamischen Umfeld. Heterogenität, es gibt viele Wege zum Ziel, das ist das, worum es da geht, viele Wege zum Ziel anbieten. Anpassbarkeit, ich kann mir meine eigenen Wege schaffen. Das sind so diese beiden Grundcharakterisierungen. Man sollte jeweils Vorteile und Nachteile beschreiben können, denn sowohl Heterogenität als auch Anpassbarkeit haben auch Nachteile und die lassen sich begründen auf viele Arten und Weisen und viele davon haben wieder mit unseren Forderungen zu tun. Also eine Forderung zum Beispiel nach Übersichtlichkeit widerspricht der Heterogenität zum Beispiel, weil Heterogenität ja bedeutet, ich brauche mehr User Interface Elemente, weil ich mehr Wege anbiete und Übersichtlichkeit würde ja immer sagen, verwende möglichst wenige User Interface Elemente. Bei der Anpassbarkeit noch wichtig, den Unterschied zwischen Anpassbarkeit und Adaptivität. Also adaptive Systeme sind Systeme, die sich selbst anpassen und wir machen anpassbare Systeme oder wir sprechen hier zumindest über anpassbare Systeme, also die eine Nutzungsschnittstelle haben, über die ich sie selbst anpassen kann. Dann wichtig, warum braucht es Rücksetzbarkeit? Ja, weil man sich auch kaputt anpassen kann. Wir müssen also auf einen Zustand zurückkommen können, von dem wir wissen, dass er einigermaßen gut funktioniert. Und dann hatten wir im Bereich der Anpassbarkeit vor allen Dingen auch noch Fenster besprochen, also die Fenstertechnik, die Bildschirmaufteilungstechniken, was ja etwas ungewöhnlich ist, es da zu besprechen. Aber auch die sollte man natürlich hier parat haben und auch sich nochmal klar werden, warum ist das eigentlich Anpassbarkeit? Naja, es ist ja auch die Einrichtung meiner Oberfläche, damit ich die Dinge, die ich brauche, schnell im Zugriff habe. Es passt also genau auf unsere Definition von Anpassbarkeit. Dieses hier, das ist das Windows 2000 Beispiel mit den persönlich angepassten Menüs, kann man sich nochmal klar machen zum Nachteil von Adaptivität, dass es für Nichtstabilität sorgt und so weiter und so fort. Aber es hat ja auch noch andere Nachteile, dass ich ein Nutzermodell brauche, dass es dann deutlich viel komplizierter ist. Im Zweifelsfall kriege ich Datenschutz- und Persönlichkeitsschutzprobleme und so weiter. Anpassung des Nutzerinterfaces braucht immer Schnittstellen. Also ich brauche immer ein weiteres Userinterface, darüber sollte man sich klar werden. Hier sieht man ein relativ komplexes dazu und es gibt immer das Problem, dass ich so ein Kaputtoptimieren hinkriege oder dass ich auch eine Software kriege, die nicht mehr erklärbar ist, zumindest durch andere nicht mehr erklärbar. Und wenn ich von einem Computer zum anderen gehe, kriege ich was ganz anderes. Wir haben also auch geringere Stabilität. Wir haben also hier Designkonflikte drin und über die sollte man sich klar sein. Fenstertechnik, sehr flexibel, aber sehr hoher Aufwand im Umgang mit den Fenstern und deswegen hatten wir auch Alternativen gesprochen, wie zum Beispiel hier diese Paints, die hier außen drumherum sind, wo man auch eine Aufteilung des Bildschirms hinkriegt und auch eine relativ hohe Flexibilität, aber sich nicht um dieses ständige Verschieben der ganzen Dinge kümmern muss, mit Optionen, dass man im Zweifelsfalle solche Sachen auch mal abkoppeln kann. Wir haben über das solche Sachen auch mal abkoppeln kann. Im Bereich Heterogenität hatten wir dieses schöne Beispiel des Öffnens von Dateien hier in LibreOffice, dass es ja auf Unmengen verschiedener Arten und Weisen möglich ist und was ja wahrscheinlich auch noch nicht alle sind. Und da sollte man sich auch darüber im Klaren sein, welche Vorteile, welche Nachteile hat das und auch sich darüber im Klaren sein, warum ist die Variante immer nur ein Weg, hier kein besonders guter Weg, weil es einfach denn der Situation der Leute ja überhaupt nicht mehr gerecht wird, die sich ja in ganz verschiedenen Situationen, an ganz verschiedenen Stellen auch im Betriebssystem gerade aufhalten. Ja, als letztes der Bereich der Konventionen, wo wir über Konformität gesprochen haben und da hatten wir drei große Bereiche. Ich fange mal von unten an. Plattformkonformitäten, wo wir die Style Guides der Betriebssystemhersteller haben, beziehungsweise die User Interface Guidelines der Betriebssystemhersteller haben. Und mit dem Hinweis, dagegen zu handeln, ist etwas, was man wirklich nur im Ausnahmefall machen sollte. Man muss schon einen guten Grund haben und dann auch abwägen, ob sich das lohnt. Also ob nicht hinterher der Aufwand für die Leute, weil sie etwas Ungewohntes sehen, höher ist als das, was sich da lohnen könnte, das besser sein könnte. Dann Aufgabenkonformität, dass wir viele Sachen haben, die aus dem Umfeld kommen, dass wir uns zum Beispiel begrifflich anpassen an den Bereich, an dem wir gerade sind. Da hat aber viel mit Gebrauchstauglichkeit zu tun. Wir haben aber über viele Techniken gesprochen, die man immer anwenden kann, wie zum Beispiel die Anordnung in Bearbeitungsreihenfolgen. Die ist nicht immer die Technik der Wahl, aber zumindest ist es etwas, was man immer im Hinterkopf haben könnte. Und wir haben vor allen Dingen auch über viele Don'ts gesprochen. Da ging es um viele sprachliche Aspekte zum Beispiel, also so ein Nerdspeak zu verwenden oder eine übermäßig komplizierte Sprache zu verwenden. Das ist etwas, das ist eigentlich nie Aufgaben angemessen und daher immer ein Konformitätsfehler, egal was die Aufgabe eigentlich ist. Und schlussendlich gab es dann noch kulturelle Dinge, wo wir über Leserichtungen und sowas gesprochen haben, was natürlich eine Rolle spielt. Nicht nur darüber, wie wir lesen, sondern auch in welcher Richtung die Anordnung auf dem Bildschirm sein sollte, dass zum Beispiel ein Handlungsabschluss, also Formular jetzt abschicken oder sowas, unten rechts erscheinen sollte. Da geht es darum, wenn wir über Leserichtungen sprechen. Generell Richtungsstereotypen, rechts ist mehr, links ist weniger, hat auch was mit Leserichtungen zu tun. Und dann am Ende noch Internationalisierung und Lokalisierung. Das heißt, ich muss mir darüber Gedanken machen, ob ich meine Software für meinen Kulturkreis mache oder für mehrere Kulturkreise und wenn ich sie für mehrere Kulturkreise mache, muss ich aufpassen. In vielerlei Hinsicht, das kann Klänge sein, das können Farben sein, alles Mögliche. Vor allen Dingen ist es aber auch die Auswahl der Icons, dass ich da nicht irgendwelche Bildsprachen drin verwende, die in anderen Ländern falsche Assoziationen aufrufen. Das ist jetzt nicht so sehr das Problem, dass es dann heißt, ich muss das ja sowieso lernen. Aber wenn man immer eine falsche Situation, eine falsche Assoziation erst mal kriegt, das sollte man natürlich vermeiden. Im Zweifelsfall muss ich dann internationalisieren, also solche Bilder nicht verwenden, sondern nur Bilder verwenden, die international bekannterweise funktionieren. Oder ich muss lokalisieren, das heißt, ich muss auch diese Bilder mit austauschen. Und dann gab es natürlich ganz viel Sprachliches an dieser Stelle. Das heißt, wenn ich Übersetzungen machen möchte, dann muss ich aufpassen, dass solche Übersetzungen auf vernünftige Art und Weise vonstatten gehen und da nicht solche Peinlichkeiten passieren, dass irgendwie Begriffe verwendet werden, die ganz was anderes bedeuten können. Oder auch nicht Übersetzungen kontextfrei passieren, dann passiert ja jeder mögliche Mist. Das war das, was wir hier besprochen hatten. Und hier, diese Folie geht genau auf diese Nerd-Sprache ein und auf die einfache Sprache, die man haben soll, also zumindest nicht absichtlich komplizierte Sprache, die man verwenden sollte. Das ist genau die Bearbeitung nach Reihenfolge, also die Anordnung nach Abarbeitungsreihenfolge hier in Koala, wo wir von links nach rechts durch diese Blöcke so durchgehen. Dies, was ich gesagt habe, der Handlungsabschluss, der gehört nach unten rechts. Und hier ist er das nicht, hier ist er oben rechts. Das heißt, man drückt mit hoher Wahrscheinlichkeit falsch an dieser Stelle. Das ist die Sache mit den Icons und auch das Problem mit dem Wort hier, mit dem Wort Embra für weiblich, was in Teilen Lateinamerikas was Falsches bedeutete. Und ja, das waren halt so Aspekte, die man allgemein verwenden kann, die man allgemein sich überlegen kann für Konformitäten, ohne dass wir jetzt genau untersuchen, für welches Firma das erzeugt wird oder für welche Aufgabe das eigentlich genau erzeugt wird. Denn hier geht es um allgemeinere kulturelle Dinge und um allgemeine Dinge, die man im Kopf haben muss, wenn man solche Sachen gestaltet. Damit haben wir es geschafft. Wir sind tatsächlich durchgekommen mit all diesen Anforderungen. Erkennbarkeit, Einfachheit, Unterscheidbarkeit, Ablenkungsfreiheit, Wiedererkennbarkeit, Übersichtlichkeit, Strukturiertheit, Eingabeminimalität, Eingabepräzision, Eingabeschnelligkeit, Eingabesicherheit, Differenziertheit, Unmittelbarkeit, Lokalität, Attentionalität, Beeinflussbarkeit, Erschließbarkeit, interne Konsistenz, Kontinuität, Anpassbarkeit, Heterogenität und Konformität. Ich habe das ohne Fehler aufsagen können. Ich bin begeistert. Wenn ihr das auch ohne Fehler aufsagen könnt, habt ihr gar nichts gewonnen für die Klausur. Denn ich werde sie nicht abfragen. Ich werde nicht fragen, sagt sie mal alle auf und sagt mal alle, in dem Bereich. Sondern ihr müsst, wie gesagt, sagen können zu einem beliebigen davon, in einer beliebigen Frage quasi, warum ist Unmittelbarkeit wichtig und wie wird dadurch erzwungene Sequentialität vermindert. Und man kann sich das, wie gesagt, immer umgekehrt fragen und sagen, wenn wir keine Unmittelbarkeit der Rückmeldung haben, wo habe ich dann erzwungene Sequentialität? Das wäre hier dann, dadurch erkennt man nicht mehr, dass Ursache und Wirkung zusammenhängen und wird dann dadurch irritiert oder macht Handlungen im Zweifelsfalle mehrfach, weil man denkt, die Eingabe ist nicht akzeptiert worden und beides sorgt für weiteren Aufwand und damit für erzwungene Sequentialität. Und das geht für alle diese Dinge so. Und das kann man einmal auf dieser Ebene direkt fragen und man kann es natürlich auch für die einzelnen Techniken fragen. Denn die sind ja immer Techniken, die sich um eine dieser Forderungen kümmern und häufig sogar Techniken, die um mehrere dieser Forderungen gehen, weil sie eben Resultate der Designkonflikte aus diesen Forderungen sind. So viel zur Zusammenfassung und ich hoffe, dass euch das nochmal einen Überblick gegeben hat über diese komplette Vorlesung und ein bisschen vielleicht hilft bei der Vorbereitung auf eine Prüfung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, habe das in einem anderen Video schon mal gesagt und hoffe, man sieht sich bei Gelegenheit wieder an der Uni Paderborn oder an anderer Stelle.